Hallo Prinzessin! Tag, wie toll war? Ja, gerne! Alles klar! Alles klar, danke! Ja, bitte! Tag! Geht wieder mal der letzte? Nein, mal Spaß! Schlaggurter, was? Und, Hosen schon voll? Eigentlich nicht. Na, ich auch nicht. Ich bin immer nur privater. Aha. Frau Doktor ist mein Lebensgefährtin. Ach so. Und? Frau Anwei? Oder Einerkontrolle? Kontrolle. Na, Frau Doktor Alt, super. Würde ich auch. Kronikottern und Sechser, Schwarz. Ach so? Ja, die Zähne sind sicher ein gutes Geschäft. Da kann man schnell reich werden. Absolut, klar. Von der Kasse her nicht, sagen wir, aber du solltest schauen, dass du Schwarz machen kannst. Sonst ziehen dir die Hundfänger vom Finanzamt. Und das letzte haben wir da aus. Das ist ja bei mir in der Branche auch so. Ach so? In was für einer Branche sind Sie so tätig? Ja. So Musik, also Musikmanagement, Konzerte und so. Ja. Nun, wenn Sie mir was brauchen sollten für eine Geburtstagsfeier private? Und singen oder was? Bitte. Und singen Sie da selber? Nein. Wünschen Sie das nicht. Da mein Spezialisten sagt dann eh sicher, was Reservo ist. Eigentlich nicht. Aber das klingt alles sehr interessant. Und was kostet das so? Na, was noch einmal? Ein Zehner Schwarz. Ja, wenn Sie Lust haben, bringen Sie nach. Ganz sicher? Ja. Na, nur eins sage ich Ihnen gleich dazu. Ich bin die nächsten vier Wochen netto. Ja, bin ich mit der Maus. In Amerika. Ja. Das Geld am Schell hauen, schwer verdiente. Wiedersehen, Herr Müller. Wiedersehen, Frau Doktor. Ja, und nicht vergessen, zwei Stunden nichts essen, ja? Wer ist der Nächste, bitte? Ah, der Maus. So was, Schatzl? Tut mir tot, hol die an. In 20 Minuten geht was, ich habe einen Hund im Auto. Ist lieb von dir, es wird aber noch dauern. Ich warte auf jemanden vom Finanzamt. Umsatzsteuerprüfung. Äh. Und wann kommen die Koffer? Bin schon da. Frau Doktor, Leopold, Finanzamt Töbling. Ah, Sie sind eh schon da. Kontakt, das freut mich, aber bitte kommen Sie rein. Es wird aber sicher einige Zeit dauern. Ah, Herr Töbling. Könnt ihr mir welches Zittenkartel wieder dazugehaben? Hm, hm. Hm. Warum ich nie mehr Koschen wollte, Kaisis? Ja. 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 Ja.